Gut gedruckt, die Presseschau, ist Ihr aktueller Blick auf die Themen des Tages in Rheinland-Pfalz. Wir informieren Sie über die wichtigsten Schlagzeilen aus Medien und Tageszeitungen. In nur 15 Minuten erfahren Sie alles, was Ihr Zuhause bewegt. Kompetent und kompakt. Gut gedruckt, die Presseschau. Wochentags immer um 10, 13 und 15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020